Ich bin der Claudio Fuchs und ich bin ein Sneakerhead. Ein Sneakerhead ist jemand, der nicht nur sieben limitierte Party hat, sondern auch etwas über Geschichten hinter weiss. Das ist der Nike Woman's Outburst. Dieser Schuh hat keinen finanziellen Wert für mich, sondern einfach nur einen emotionalen. Dieser Schuh ist jetzt 20-jährig und ich habe ihn seit drei Jahren bei jeder Reise dabei und erhebt einfach immer noch.